Hallo und willkommen zur vorletzten Folge von Rainbow Six Siege Staffel 7 Und Ja Wir haben die siebte Staffel jetzt hier Und ich bin gespannt Wie wir Das Ende jetzt haben Irgendwie Oder werden wir verlieben Und nee Warum Warum kriege ich denn immer nur Idioten Ich will auch GGN Machen wir schon mal Deswegen gibt es ja Recruit Naja Der Bereich sichern jiebomben weiter schützen Gehen wir aus dem Weg! Vielleicht nutze ich das selber Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr Ich nutze es als Deckung Zehn Sekunden Der Boden ist jetzt härter! Fünf Sekunden Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert, macht euch angriffsbereit Granate in der Luft! Die soll nur kommen Die sein Ok Ich muss kurz nachladen. Nur noch ein Gegner übrig. Vom Rekruten geschickt. Fickleid, Mission erfolgreich. So ist doch das Comeback, Alter. So steh ich mir ein Comeback vor. Geh gleich. Ich hab mir noch mal gleich trinken für die letzte Folge. Essen, ich boah jetzt auch nicht mehr schlafen, weil... Ich bin ehrlich gesagt wieder wach eigentlich fast. Also fast mehr wach. Und äh, ja warum nicht, ne? Machen wir auch nicht mehr schlafen gehen. Unser eigenes Clan-Tick, äh Clan-Bits haben wir auch schon fast gehabt. Machen wir auch noch gerade und äh... Two fucks... Po... Co... Toy... Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Rotterdam-Vide muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. ein Das ist nicht so schade... Wieso mach ich das überhaupt? Warum mach ich das überhaupt? Warum haben eigentlich immer alle fast... ...Black Ice? Das verstehe ich selber nicht... Nein, diesmal kriege ich Rook Diesmal will ich Rooker Die Bomben schützt mich Hier ist noch Amor Die Bomben schützen. Schutzplatten einsetzen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Nahe sind bereit. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Das Magazin wird geladen. Bombe vom Gegner entdeckt. Weil ich stecken geblieben bin. Weil ich stecken geblieben bin, Alter. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du wurdest entdeckt. Wow. Schnelle Runde. Sehr schnelle Runde. Eigener Troppe eliminiert. Mission gescheitert. Ich hole es in die遣ber. Ich werde schon in dieser Zone befindern. Yuen. Ich gebe euch die Zone. Ich gebe es das schon mal. Jungen, erstmal färfert mir den Schösser auf. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert! 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Entschärfer ist jetzt gesichert, rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Und tötet mich eigentlich mal jeder. Ah, ich lass jetzt. Sie ist die letzte! Du bist ein Noob wenn du verlierst, ne? Eigener Druck neutralisiert. Das war jetzt ne Kackrunde, aber nächste Runde ist die letzte Runde für diese Staffel. Ich hab Staffel 7 echt wieder einmal ganz durch aufgenommen. Also, tschau tschau!